oh nice au ach man ich renne immer in das feuer weil ich denke ich bin immun dagegen noch ein schlüssel warum nicht auch wenn ich keine mehr brauche geht's auch irgendwo lang ich aktiviere die räume mal ein stück damit ich nichts aussieht das hätte ich den dann schon normal erkundet lasst mich doch vorbei alter das ist mein absoluter hassraum das weiß ich jetzt schon bei einer bei da bei oh nein ich konnte es verteidigen dieser eine raum bei dungeon 6 war schlimmer was ist da drüben drin ich kann ja auch einen anderen weg ne das war dumm aber es sind nur diese schlechten monster ich gehe einfach gerade nach oben wie es auch am anfang vor hatte so hier nochmals ein dummer raum ich mache ein bisschen direkt mal licht aber ich habe doch schon das richtige was ist das denn jetzt für eine scheiße wir sind aber sehr anfällig auf diesen staaten scheint zuck zuck ach man das sind zwei und das ist mir jetzt nicht aufgefallen so hier brauche ich wieder eine bombe ähm okay weiter so 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 wo bin ich jetzt da hey warte mal mir fehlt noch was aber wie komme ich denn bitte dahin oh nein ich bin vorbeigelaufen ich bin vorbeigelaufen ich bin vorbeigelaufen ich muss nochmal zurück als ob ach man das war ein fail also ich muss eins rüber ok das war ein gemeiner spawnpunkt und ganz viele runde oh nein ich muss diesen raum besiegen mach ich mich verarschen ich komme hier nicht mehr runter ach ich muss einen anderen weg nehmen aber das wollte ich eigentlich vermeiden ja wobei so schwierig war der weg jetzt gar nicht aber jetzt muss ich die türen nur noch öffnen und jetzt zum glück wird jetzt auch zugeblieben dann hätte ich echt ein problem gehabt hauptsache diese wieder respawn ich mag den stab einfach nur weil es spaß macht bringe ich den auch noch um hier muss ich rein bin ich einfach vorbeigerannt ich weiß leider nicht ob das hier so ist wie bei a link to the past dass man die pfeile hundertprozentig brauche um garland zu besiegen auf jeden fall brauche es die ich muss die bomben noch aus aber die blauen weil die halt auch noch extra noch so viele hitze ertragen können hier gibt es jetzt die silberpfeile falls sie so heißen was macht man wenn man dort keine rubine hat kostet immer noch ein rubin so ich muss jetzt mal nachdenken ja ich muss eigentlich jetzt den weg noch zurück im grunde genommen alles zum thema schiebt mir dieses dieses heil ding für garland auf ich habe schon mal ausgewählt für den notfall ja vielleicht ist gar nicht mal so schwierig weil so wie ich die bosse bisher in erinnerung habe waren die bosse eigentlich das einfachste im vergleich zu diesen räumen sind die bosse eigentlich richtig easy äh ja zurück äh gut ich muss mich jetzt mal wieder rein finden wo ich mich jetzt befinde da ich muss jetzt eins rüber ach stimmt ich muss da eins rüber dann habe ich es geschafft glaube ich also ich muss natürlich nicht nach porten hatte ich die schon besiegt in dem raum sind aber nur die also die sind ja jetzt eigentlich mittlerweile ziemlich einfach auch diese diese schildfresser die sind bloß schwierig wenn es komplett viele sind und dann noch extra noch ein paar andere monster dabei weil wenn die so alleine sind im endeffekt mich nichts dabei stört wenn ich noch extra diesen stab habe das ist eigentlich ganz easy gut ich hab kurz nachgeguckt wie genau ich gar noch besiegen muss mir fällt auf dass mir leider die ganze zeit ein item fehlt kriegst du das noch oder kriegst du das noch oder naja es mir jetzt egal äh äh geh weg als ob komm schon warum zerstört mich jetzt dieses teil so perfekt so rauf zu garnern mal schauen ob es das wird zweiter versuch diesmal habe ich ein paar mehr leben schön viele hits äh silberpfeil silberpfeil ha zack zack easy wie easy war das denn dieser haufe staub ah fuck hä was ist das jetzt noch ein rätsel oder wie man kann das voll mit dem schwert ok das wusste ich nicht gut nice thanks link you're the hero of hyrule yes finally peace returns to hyrule this ends the story yay das sind die mitarbeiter ja das spiel ist ganz cool aber ohne komplettlosung halt ziemlicher quatsch ja die andere quest mache ich nicht ist mir glaube ich zu viel noch was schon die musik anhören dann 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 ja das war's dann das war's dann dann gibt's dann ja ganz